Für mich ist es besonders schön, als Pankreashirurg immer wieder auch die Patienten zu sehen, die man auch vor einigen Jahren operiert hat. Und ganz in meiner Nähe wohnt eine sehr nette alte Dame, die ich immer wieder auf der Straße treffe und mich mit ihr unterhalte. Und es ist ein wunderbares Gefühl zu sehen, dass so ein alter Mensch eine Operation toll überstanden hat und jetzt viele tolle Projekte hat und einfach ein glückliches Leben führt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017